Eine Lehrerin für Französisch fragte ihre Klasse, ob Computer, im Französischen männlich oder weiblich sei und befragte Mädchen und Jungs getrennt. Die Mädchen entschieden sich für, männlich, les Computer. Begründung. Um überhaupt etwas damit anfangen zu können, muss man sie anmachen, sie können nicht selbstständig denken, sie sollen bei Problemen helfen, aber meist sind sie das Problem, sobald man sich für ein Modell entscheidet, kommt ein besseres raus. Die Jungs entscheiden sich für, weiblich, la Computer. Begründung. Niemand außer dem Hersteller versteht die innere Logik, die Sprache, die sie zur Kommunikation mit anderen Computern benutzen, ist für andere unverständlich, auch der kleinste Fehler wird langfristig gespeichert, sobald man sich für einen entschieden hat, geht fast das halbe Gehalt für Zubehör drauf.